hallo und herzlich willkommen was ist jetzt los was ist das was hast du was hast du da taschenlampe an du musst eine andere batterie mal reinmachen du hast wahrscheinlich irgendeine uranbatterie ja hallo und herzlich willkommen zurück bei Pulsar Lost Colony wir wollen doch noch was machen genau das war einfach so lustig der Kopfdampf nein er brennt nein wir sind sehr guter Händler gut ja wir hatten eine kleine Pause bei Pulsar Lost Colony weil wir halt so ein kleines Problem hatten ich musste arbeiten und dann kamen die Colony zusammen aber das sind die vier mit mir insgesamt die sind immer dabei ja sonst ist es gerade ein bisschen schwieriger immer alle auf einmal zu bekommen aber es klappt und wir wollen heute natürlich den neuen Patch ausprobieren Beta 3 den gibt es seit vorgestern genau kommen wir zum Punkt wir haben hier das Artefakt eingesammelt und wir geben das hier einfach mal ab was haben wir das hier schon abgegeben haben wir das schon oder hast das vielleicht nicht im Inventar das kann auch sein da musst du auf dem Schiff und das erst holen neue Mission akzeptiert freiheit schämen dich ich wette das ist freiheit nein ist ja nicht weil ich immer auf Pulsar Lost Colony ach so stimmt hamster ja man hört mich doppelt man hört uns doppelt na wo bin ich wo bin ich inventory aber nicht von mir oder warte mal jetzt besser kurz ich erklimme die Station hier wie ich suche das Artefakt ist aber ich glaube wir haben es wirklich schon abgegeben kann sagen wir doch mal was über unsere guten Patch Notes da hat sich einiges getan genau es gab ein Patch der hat viel Interior reingebracht also Innenräume beispielsweise bei der Warp Station beim Repair Depot und so weiter und so fort zudem gibt es jetzt exotische Shops die gab es aber glaube ich vorher auch schon also ich habe mal ich war mal in einem drin wo hast du den gefunden das sind glaube ich diese die die wirklich als Shops angezeigt werden auf der Map mit dem mit dem Dollarzeichen das sind glaube ich diese exotischen Shops wir können mal direkt gucken ja stimmt das sind auch wir sind hier mehr Dollar jetzt ja guck mal ist einer so fast im Radius den werden wir mal besuchen genau ach so wollen wir eh die neuen Waffensysteme was heißt die neuen Waffen sind die neue Technik der Waffensysteme so ich suche mal kurz da ist der Teleporter ja genau jetzt das nächste und zwar Teleporter haben wir jetzt hier mehrere Auswahlen das Officer Pad ist da wo wir gerade reingegangen sind wo wir uns gerade hingespawnt haben und Customs ist ich weiß ja nicht ob ihr euch erinnert da wo diese Sandwich Mission ist das ist in der Nähe von diesem äh von den Marktständen ich hab mich da gerade mal eingeportet das hat man gesehen mal mit dem Video wir haben hier noch eine Nächte das nächste äh den General Store da können wir hinüpfen ich hab ne Custom gehabt bei mir was wo das bei Custom einen neuen Spawnpunkt warte 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 ich habe hier aktuell ne jetzt ist der Custom weg ne Quatsch hier seid ihr zurück Officer Pad und Customs habe ich hier beim Outpost 448 ich auch Custom heißt ja eigentlich selbst eingestellt kann man vielleicht selber was einstellen wo man sich beben lässt ist ja cool glaube ich nicht so wir gucken noch mal in den General Store rein wie? da oben oben äh oben an dem Display ist ein Pfeil da siehst du auch zwei Punkte ach jo so muss erst mal sehen Repair Depot ey da kann man auch hin das ist ja cool ja geh mal kurz noch ein Repair Depot da gibt es halt jetzt viel zu futtern alles sehr erotisch okay boah geil ey ist voll voll in diesen Repair Dingen drin boah cool ja gut ist mal ob das hier Sinn macht screen knocked guck mal hier screen knocked okay noch gelockt target none ach so ist kein Schiff drin ne ja irgendwo hören wir uns immer noch ganz laut doppelt so ein bisschen ja ich bin wieder zurück ähm ich hab nämlich was Nettes gefunden im Shop aber das ist bei Hamster muss einer sein Headset reparieren ist auf jeden Fall bei Hamster ich hab grad geguckt ja ich hab auch grad geschaut tut mir leid ich weiß gerade nicht was es ist Schande über dein Haupt äh egal wie äh wo ist es denn kann ja mal ins Reparatur doch fliegen vielleicht seht ihr ja der Schildgenerator ach so Schildgenerator was Partikel Schild 1000 genau das ist 1000 der hier ist teurer genau 1400 Schild 21 Charge Rate und 3 Deflection da würde ich doch mal sagen den kaufen wir uns wir haben ja noch ein paar Kredits übrig und die sind auch wir wurden auch nicht geweibt durch die Beta 3 das finde ich auch schon mal super oh oh ich bin's nicht heute ist aber der Wurm drin muss man schon mal sagen aber das ist wir sind ja eine sehr sehr lockere Community und dementsprechend machen wir auch keine ultra professionellen Videos deswegen ist es immer so lustig Emergency Shield Boosting ich bin jetzt mal auf der Repair Station und guck mal wie du da rein fließt ja irgendwie klappt das mit der Steuerung gerade nicht weiß nicht warum und ja das war es eigentlich soweit guck mal ob wir noch was verkaufen können nein du hast aber auch kein Geld auszugeben da immer noch 43.000 okay gucken wir mal ob der das dann Schiff Komponenten ähm kurze Frage wie sieht es mit eurer HP aus tatsächlich ich hab 250 wenn ihr das richtig lesen könnt ich hab 100 gerade aber ich hab auch noch ich sehe unser Schiff zum ersten Mal von außen richtig ich will ich will auch da hin da ist es gerade in den Traktor strahlen wie cool kommen wir denn da hin Schild aktiv liebe Leute äh du erklär dir das nochmal wie man da sich teleportiert der Pfeil oben und wenn du an den Teleporter dran gehst hast du oben am Display zwei Punkte einen weißen und einen äh ausgehüllten da kannst du designen da kannst du blättern quasi ah ok ja danke wir sehen es ja wenn er verstanden hat dann landet er gleich da haha ja da ist er er hat es verstanden und da steht unser Schiff so sieht das aus flieg mal weiter rein damit kannst du weiter vor fliege jetzt kann keiner mehr fliegen sind ja alle hier haha warte ich mach das mal eben ok flieg mal eben vor warte schnauze weggebeamt ich kann nicht traden ganz schön faul rumzubeamen obwohl man so nah dran ist jetzt hat es funktioniert ich bin gleich da ja jetzt ist Kohle abgezogen ähm Antivirus ok macht's gut viel Spaß auf der Station haha guck mal stopp 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 guck mal wie schick das Schiff aussieht ja und da unten steht SMS Excalibur drauf siehste tatsächlich keine Sache gut komm jetzt müssen wir ein Abenteuer erleben ich will die Waffensysteme testen ja äh Schildgenerator tausche ich mal kurz aus tausche ich aus und wir haben auch noch was in Erinnerung wenn wir jetzt mal auf Tab drücken sieh das Chaos Level Chaos Level 6 sind wir mittlerweile schon wenn wir jetzt ähm irgendwo ankommen sind die Gegner schwerer und die sind jetzt noch schwerer geworden und äh das Chaos Level wird erhöht weil du das gerade angesprochen hast wegen dem Waffensystem die Turrets also die Türme die haben halt ein Aiming System bekommen was man halt auch ähm unter der Power halt an und ausstellen kann äh kurze Frage wo seid ihr? was du testen wolltest aufm Schiff wie seid ihr nicht mehr in der Repair Station drin? ich hatte Schiss dass ihr mich zurücklasst wir müssen zurückworpen erzähl weiter Hamster ja ich sag dir gerade ähm wie gesagt die Turrets haben ein Aiming System bekommen also ein Ziel Suchsystem und ähm das ist das was Tim gerade sagte mit dem neuen Waffensystem was wir austesten wollen das wurde halt noch nicht angesprochen deswegen wir haben nur ein bisschen Muffensausen weil das jetzt schwerer geworden ist ja wir haben aber ähm Schilde die ähm wir hatten vorher irgendwie 900 Schilds und jetzt haben wir 1400 Schilds ne 1600 hä wieso? wieso 1605 ähm wie ist das wollen wir erstmal diesen Exotic Shop besuchen und dann ähm ja genau alles klar weil die Missions ist äh nördlich nördlich im Radar also äh in der Karte sehe ich gerade ähm ähm bitte was wollt ihr? wie bitte? was wollt ihr? was wollt ihr? ja diesen Exotic Shop besuchen gut der in der Reichweite ist ist markiert los springt hoffe der ist exotisch flieg los springt fliegvöglein erstmal ausrichten bitte bei den ganzen Systemen hier mal gucken da ist er dauert aber nicht wieder den Knopf vorher drücken haha ich sehe es auf dem Map ich sehe auf dem Map auch wie du dich ausrichtest du sagst mir Bescheid ein Moment ich schließe mal kurz die Türe ach ist das bei dir? die Unterhaltung? müsste eigentlich das Richtige sein ja? alles klar dann jumpen wir so wiii ich gucke wieder in der falschen Richtung wie immer haha ich bin ja froh dass man skippen kann also ich skippe hin 3 2 1 jetzt kannst du noch nicht doch doch hier ist eine kaputte Borken und wie die aussieht die sind extrem alleine ja oh wir schwanken ja so komisch ja ja und irgendwas stimmt mit meinem Charakter nicht ich hab irgendwas darf ich mal kurz fliegen bitte? trauen und land um hier wieder wegen Screenshots oder was dann richte du wieder aus ok ich richte aus aber eigentlich will ich den den Joystick ey ich kann mit dem Joystick tatsächlich fliegen echt? das war auch in den äh updates drin die Joysticks sind geaddelt worden also man kann mit dem Joystick fliegen jetzt cool wie ist die Steuerhauung? ist die gut? läuft ja kann auch warte ne ich hab grad volle Pulle Gummi muss er da nur drauf klicken oder? kann mir von euch jemand ne Ration geben? weil mein Charakter geht's irgendwie nicht gut ich hab auch unter 100 HP geh doch beim Science im Labor da kannst du dich doch heilen ach stimmt du hast vollkommen recht ok ähm wo wollen wir hinhüpfen? da ist ja wir sind schon fast da wieso wieso kann ich mich denn mehr heilen als 100 HP? äh Skillpunkte du hast dich geskillst ach stimmt ich sollte mir das auch mal durchlesen hörh 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 boost das ist komisch was passiert wenn ich ist ja drück ok ok beim fliegen ist auch irgendwie was verändert worden das sehe ich gerade was denn? die Chortemperatur geht ziemlich weit nach oben wenn man schon Power gibt ok achso ja ich habe auch die Triebwerke gerade vor der Pulle ja Joystick müsste man hier in den Einstellungen tatsächlich doch ein bisschen was rum gucken ok wir sind ausgerichtet ok dann kommen wir auf auf ganz der 50 Sekundenflug auf mit neuer Abenteuer oh ich hab nen Sound Bug gehabt ja kommt doch kein Gegner skipp oh was ist das denn? Repair Depot krass mitten im Berg mitten in so'n boah ich kann doch nicht mal zurücksetzen hinter uns noch was aber hier sollte doch der Exotic Shop sein ja dann gucken wir uns mal rum oder? versuch uns langsam zu drehen hier versuch mal einfach ich kann hier nicht irgendwo hin mehr ja aber das ist doch wahrscheinlich der Exotic Shop oder? das ist sehr exotik würde ich sagen kann man da rauf beam? ich schau mal eben wie heißt der denn? ne hier ist kein Exotic Shop äh Shop was steht da? was steht da? ah visited besucht aber wieso? es wird doch auf der Karte markiert kann man da nicht rein? ne ist ein ganz normales Repair Depot also wir können hier auf dem Shop teleportieren das geht Repair Depot ok ich teleportier mich direkt oi guck doch mal an ach wie schön das ja was boah isse boah und guck mal da hinten in der Ecke sind wir so krumm und schief am rumfliegen ok ok der hat nichts besonderes oder war ich auf Cell ah ich war auf Cell der ist voll multitasking fähig der kann mit beiden gleichzeitig im Handeln Burst Pistol 3 Bottled Silvazi Brief Wurst oder Pistole 3 eine Handkanone Handkanone plus 2 Proteinpäckchen ja das wird alles mal ein bisschen mehr Survival werden ja ne weil man aber essen muss aber wir müssen ja essen bringt ja Energie wieder also Lebensenergie aha ja aber die kriegst du ja auch wirklich einfach ne du bist ja eigentlich fast unsterblich fast du bist ja immer geklont Port Ale ja sonst gibt es hier nichts besonderes Smugapiss hat der denn was anderes der Brillenmann die Pistole die Schmugglerpistole plus 3 Port Ale ich will ein Ale haben ich gebe meine Heuer für Bier aus wie immer so Schmugglerpistole 3 wie komme ich denn an mein Inventar dran da Pappnasse sehe ich Port Ale Drink warte mal ich will auch ein Port ich will ein Drink among Traveller's and Crews Schmugglerpistole 3 Schmugglerpistole 3 Schmugglerpistole 3 um saufen um zu vergessen hm 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 ich bin mal reingekloppt ich auch ich auch ich auch Port Ale warum tust du eine Toilette zerstören ja sieht ein bisschen seltsam aus wenn man so auf dem Klo rum schießt hm 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 ok exotic shop hätte ich mir ein bisschen größer vorgestellt ein bisschen exotischer dann ne ja obwohl immerhin ne zwei Händler können ja ordentlich viele Klamotten haben so ich geh mal ins Repair Depot oh hier sind Roboter im Repair Dings Hilfe was was im Repair Depot sind Roboter drin wie wo ist Repair Depot ne ich konnte da hinsporn die Nasen ja ich vergesse das immer Gegner die auch nicht schießen ey ich helf dir hm hm die hat mich gar nicht gekriegt hm aber warum haben die hier Gegner drin das ist doch ein Bug ihr habt das schon irgendwo gelesen mal dass da Gegner rein sollen darum wollt ihr da jetzt auch direkt mal nachgucken ok du hast sofort so ein so ein ähm Elite Roboter Gegner gehabt ne ja hab ich bin die ganze Zeit rumgelaufen hier schau mal was den Screenlock äh den Screenlock können wir hier freischalten ja aber ich glaub da musst du drinnen landen in der in der Station wir schweben ja noch daneben kann das sein dass man später vielleicht hier einzelne Sachen reparieren muss anstatt ja weil die Schiffen irgendwie Per Wessel wahrscheinlich muss man das später dann selber reparieren ja du musst da erstmal rein fliegen das hat das kann man ja eben in der Heimatbasis habe ich da schon gesehen du musst da rein fliegen und dann die Schilde deaktivieren dann siehst du wahrscheinlich dass das reparieren kannst vielleicht billiger dann auch ja dann halt ich meine eben die Schilde ab die sind ja noch an warte mal eben ja wir stehen noch gar nicht hier drin wir schwimmen noch daneben oder ja ja wir müssen doch die Traktorstrahlen da bekommen ja so achso wir müssen daneben alles klar da rein da rein hui wie ich das sag mal wo seid ihr links links war das irgendwie ne oder Freiheit kannst du da rüber ich bin da noch so am zweifeln dass man da rein kommt ja ich glaub wir können auch achso da ist das ding alles klar ja da von unten da wo wo oben steht ne ja tatsächlich oben und dann rechts rein da hinten kommt ihr jetzt rein oder nicht ich beobachte euch mal von innen ne den Arterfax sammeln haben wir als Aufgabe nachdem sag's mir einfach mal bescheid wegen den Schildern ich bin hinten im Maschinenraum die Sandwich die Sandwich Quest könnten wir eigentlich erledigen hier ne ja der Sandwich ist verkauft dann ich hol mal ein Sandwich ok da sind sie der hungernde auf der Station genau der der faule Sack der da nur rum sitzt und sich selber ein Sandwich holen kann Spannende Mission dafür muss man natürlich durch die Galaxie reisen um den Sandwich zu besorgen also der hat wahrscheinlich schon einen Dönershop aufgemacht haha macht man das Licht an oder habt ihr das schon an diesen das ist an auf dem Schiff oh ich seh euch da rumfliegen das sieht cool aus so wer hat das Sandwiches von euch die Spotlights die sind an ja ok jetzt sind sie aus jetzt sind sie an ok mach die Schilder aus ok warte sind aus und jetzt nö kannst du nix machen objektiv konkret hä ja das Sandwich das war das Sandwich ich hab's gekauft ok müssen wir denen das bringen das sind unsere Tagesarbeit die Sandwich Mission es gibt ja die gibt ja richtig viele EPs auch ne oder hin ja wir können ja ähm zurückfliegen ja gut ähm ich würde sagen wir fliegen weiter ne also ich denke mal dass das Teil nicht funktioniert weil wir noch nicht kaputt sind ne vermutlich ja und wenn jetzt könnten wir einmal nochmal zurückfliegen zur Hauptbasis wir machen die Sandwich Quest zu Ende und dann machen wir einen Cut rein und in der nächsten Folge versuchen wir wieder die Weiten des Universums zu erkunden weil dieses war ja eher wieder so ein bisschen patchen das patchen ist immer wichtig in Early Access Games ne und dann muss man das wirklich auf Herz und Nieren prüfen wäre aber cool wenn wir einen Umweg fliegen könnten damit vielleicht nochmal einen Gegner treffen äh ich führe uns ja kann ich machen weil dann können wir vielleicht nochmal gucken was die Waffen jetzt machen vielleicht machen wir auch mehr Damage ich weiß es ja noch nicht so ganz also ein System hat auf jeden Fall einen Planeten wieso haben wir neue Waffen gekauft oder was nein aber das das Aiming System und so achso da steht dickfett open guck mal beim ja haben wir vorhin gesagt haben wir das gesehen was wo jetzt steht es hinter uns jetzt komm mal hier hin Pappner so schnell wo denn wo bist du denn hier am Fenster hier am Fenster rechts hier ja schießen Atombombe rein siehst du wirklich das ist der Extra-Lex-Shop ist das so ausgerichtet open und was macht er wenn er zu ist wie wir das da fällt los weiß ich nicht hehehehe ab geht's äh Leute Tim ist noch auf der Station ne ach machen wir keine Sorgen nein quatsch bin drauf ne der ist da noch skip in 3 2 1 jetzt so guck mal ich hätte gar nicht skippen können da ist ja mal eine Security-Drohne hinter dem Asteroin ist die dahinter noch oder schon davor boah ist die noch weit weg ok lassen sie schmelzen boah schön Aiming System was wie funktioniert das denn was passiert oh du siehst halt einen Kasten wo du im Vorhalt schießen kannst oh ja gut die schießen schon obwohl der noch hinter den Dings ist das ich brauche ein bisschen mehr Energie auf der ähm auf dem Gäste da ist ein ähm da ist äh im Target System ist ein kleiner Punkt wo du halt äh ich möchte auch schießen wo du halt im Vorhalt entzielen kannst also du musst halt mit dem kleinen weißen Punkt zielen ach dieser kleine Punkt bitte? ach da alles gut ich hab schon genau wenn du auf den weißen Punkt zielst dann ähm triffst du ihn boah boah 2300 boah die hat aber viel Energie wir hatten mal gesessen boah das ist aber schön mit dem Aiming System das war ja vorher echt ein Krampf mit den Turrets ja gut wo ein bisschen ein bisschen konnte man sich da tatsächlich schon rein wie sieht's aus mit einem guten Virus für das gute Ding kriegst du nicht nein warte ich mach dir ein Virus drauf oh ich komm nicht mehr ran wir müssen uns ein bisschen drehen wir drehen uns wir gerne noch eine Rakete draufsetzen vergesse ich immer so gerne ja Programme ähm SD war das glaube ich ja weniger Schaden Feuer boah wir kriegen die Schilde nicht down von denen Vieh ja warte Poplar ist jetzt wieder am Geschütz er hält es mit den Schilden los die mich hardcore hat den guck mal wie schnell direkt laden schwer 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 ach knapp noch so Rakete geht sie jetzt oh sie bremst sehr perfekt gerade kann man sehen dass der Virus funktioniert boah oh krass ich glaub der Virus hat funktioniert ok das ist ein bisschen was an Schaden wer schießt jetzt ist das das Schiff selber oder macht ihr das ne das sind wir boah die machen auch mittlerweile sehr guten Schaden ne die Schütze oh bleib noch stehen bleib noch stehen noch 5 Sekunden Baby bleib stehen dann gibts nochmal ne dicke fette Rakete dann wars das mit dem Moped 30% 30% 50% 60% 80% feuer uuuuuh ist noch nicht ist noch nicht kaputt der Lümmel ok noch 1 2 3 Treffer boah boah macht das ein Schaden das Geschütz fast so stark wie mein Hauptgeschütz welches Geschütz denn das war es der Hauptlaser Main Turret und die kleinen die jetzt ähm einfach so schießen machen auch schon 200 Schaden wenn sie beide treffen ja aber das Aiming System ist echt cool gemacht also ähm Abnase geht er gleich nochmal rein dann sieht man das auch also du hast halt ähm das rote Viereck um dein Ziel das markiert halt nur dein Ziel und dann wenn das halt fliegt dann hast du halt einen kleinen weißen äh Kreis ähm was halt den Vorhalt markiert ne und da da rein kannst du dann halt zielen das ist das vielleicht hat Tim den ja nicht weil der sowieso einen Laser hat und Laser braucht ja nur nix zum Vorhalten sein in den Patchnutz stand ja auch nur die Turrets also die Türme ne nicht die Hauptwaffe sondern wirklich nur die Turrets wir haben wenigstens tolle Sachen Standard Vector Truster Level 5 gesammelt ah ok ARXCD Level 2 Level 4 Instant Antivirus Bobnase oh nice Level 4 Super Na der war schon ein bisschen stärker das ist auch Level 4 das dauert Zeit dass das ein bisschen angepasst wird ist genauso stark wie unser derzeitiger ok ja aber immerhin findste so'n Spaß mal gut ich würd sagen auf zur Heimatbasis und wir geben die Sandwich Aufgabe endlich ab weil das ist ja wirklich ne doofe Aufgabe die muss man damit links erfüllen können also ich folg dem Kurs oder führt der nicht an der Heimatbasis direkt oder? ja die Heimatbasis ist ja ruhig ne das nächste System was jetzt kommt ist ein System mit einem Planeten ach so hab ich gedacht weh ich mal raus super ok dann spring ich wir haben jetzt ja extra lange folgen von Pappenhase aber sie sind ja auch gewünscht skipp ja new oh cool das ist wir haben gelevelt ja ich hab aber ich hab keine Punkte mehr zum vergeben kannst du auch in anderen Bereichen glaub ich vergeben oder? ja es gibt keine Lebensformen also kann ich nicht du kannst sie bei einer anderen Person vergeben glaub ich nein das ist was grau oder ich hab keine Punkte doch da aber wieso hast du denn keine Punkte mehr? ich hab alles vergeben was ich kann an Talentpunkte bei mir fehlen jetzt genau noch zwei Stück dann hab ich alles voll mir fehlt ein oh jetzt hab ich ein zwei ok ja ich hab ich hab auch jetzt alles voll also mir fehlt eigentlich nur ein Punkt beim Engineer zwei was sagt der Planet? Klappmann also? keine keine Lebensform ok einmal einmal abchecken wie der aussieht oder? jo ah warte ich nehm den Scanner mit leblich hä? ist schon drauf Inventar Shintest oh ich glaub hier waren wir schon mal ja das war ganz am Anfang der Folgen machen wir hier schon mal ok ne das System angeblich wurde das noch nicht entdeckt oh ok oh wir haben Feinde dann haben wir so ne ähnliche Höhle würd ich sagen zwei Feinde und Loot ich will nicht sterben Feuer eröffnet ne ne gerade ne gerade meine Waffen meine Waffen sind alle weg boah nach dem Patch wahrscheinlich im locker drin du ne pick up WD-Ration ja pick ich doch ab gerne Taschenlampen ach ist das immer schön zu locker kann man um ein Schiff zu reifen glaub ich ja das ist wieder so ein ja aber ich hab da nicht äh so meine Repair Gun Level 3 was mir der Tim letzt mal wieder gegeben hat ist halt weg ähm ich hab die Standard Ausrüstung ich weiß nicht warum hä? bist du denn hier reingekommen? ist hier noch ein Gang? hier ist noch ne Tür nein pick up Protein Paket diese komische Sachen aber man teilt ja Gott sei Dank ne seid ihr in die Tür reingegangen? ja ist alles ruhig hier drin was hast du denn hier? ne beam pistole 1 1 plus 1 kann liegen bleiben he nix oh hier liegt Faser Pistole 1 Pistole plus 2 Candy Pack will ich noch ein Candy Pack? da oben liegt auch noch was drauf hier soll doch angeblich was liegen will ich ne Menge Loot das gehört auch mal die Taschen pack mal die Taschen so voll boah ist aber mit Loot haben sie aber auch mehr gemacht scheinbar ne? Lootet alles was ihr könnt Jerky Sticks das hört sich auch noch ne Quest eher an getrockenstes Fleisch komm mal mit die können wir ja sicherlich auch verkaufen ne? ach du wieso kann wir reden ja über Millionen von Credits und du willst du willst getrockenes Fleisch verkaufen? nein die Pistole ach so ja stimmt hast recht kleinvieh macht auch Mist so Bett hast du davon irgendwie sieht die Station gemütlich aus also ich könnte mir vorstellen hier schon nacht verbringen mit einer Lütschültfrau hier soll ja angeblich Loot liegen hier ist aber kein Loot ich brauche den Loot hier will nach Hause hier liegt ein Stück Zeife komm wirklich da wo ihr grad seid gibt es keinen Loot mehr ja ich hab mir die Taschen vollgepackt hey jetzt guck ich mal bei mir im Moment ho 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 kann ich naschen und alles drum und dran hier ich nasch doch mal was und da geht die Energie sogar hoch ist schön hier ist aber noch eine zweite Tür angeblich Und nicht gesehen ich bin schon wieder auf dem Schiff. Warte mal. Hä? Kicken wir noch mal. So Tür Nummer 1. Nö. Hä? Wo ist eigentlich mein dicker Phaser? Ich hatte doch Beam Level 3. Warum ist er nicht weg? Jetzt meine ich ja. Die ganzen Waffen sind weg. Ich musste auch von 1 anfangen. Habe ich gerade gesehen. Ne, mein ist nur Heavy Beam Pistol ist noch da. Ich musste es nur wieder mal auf die 5 ziehen. Mir war es locker drin. Das könnte man auf dem Schiff ja nur. Ja, ich schau mal eben. Oh, du hast recht. Meine Repair Gun ist wirklich hier drin. Okay, danke. Okay, guck mal. Wo bist du denn noch? Warte, ich bin noch unten. Komm, wir fahren ohne. Okay. Warte, ich schieße auf ihn. Warte, ich schieße auf ihn. Lass den Planeten aus. Ich höre, wie er schießt. Okay, wir wollen den Planeten auslöschen. So, ich würde jetzt sagen, wirklich die Sandwich Quest abgeben endlich. Dann haben wir es erledigt. Das ist die erste Kackaufgabe, glaube ich, vom Spiel. Wenn man eine Sandwich aus dem Universum zu besorgen, was ich ziemlich witzig finde. Ich verstehe es nicht. Egal. Ich bin auch mein Schiff, ihr könnt loslegen. Ja, der Pilot muss erstmal auslöschen. Tut dies bitte unverzüglich. Der Captain wird sauer. Der Mann ohne Sandwich. Was ist denn die Heimat? Ach, da ist er. Wir sind schon da. Gibt. Es gibt mal. Es gibt gar nicht. Äh, Offensiv Attack. Achso. Gut. Es gibt. Auf gehts nach unten. Ich gebe den Sandwich ab. Äh. Tu das. Ach, ich bin so stolz, dass ich das Sandwich übergeben kann. Du bist ja auch ein extrem harter Typ, ne? Ach, das ist ja auch eine Quest. Also die hat uns jetzt ganz schön überfordert, ne? Der Klinz hat auch ganz vor. Warte mal, erstmal muss ich ihm im Kopf schießen, dass er dampft. Ja, aber überleg mal, wie lange wir unterwegs waren, um überhaupt ein Sandwich zu finden. Hallo wieder. Willst du ein Sandwich für mich finden? Ja. Ja. Hallo wieder. Danke. Du bist sehr nervös. Take some credits for your troubles. Fünftausend Kredits für ein Sandwich, also da hätte er wirklich selber fliegen können, wäre weniger gewesen. Aber er glitzert immer noch, hat aber keine neue Aufgabe für mich. Dafür will wir seinen Kopf dampfen. Jetzt will er wahrscheinlich zwei Sandwiches haben. So, haben wir jetzt auf 5000 gekriegt? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Zeig mal. Auf, äh, Missions completed. Ja, wir haben eigentlich schon mehr abgeschlossen, ne? Das hat den Patch leider. Food von Bommi. Bommi hat jetzt ein Sandwich bekommen. So. Pappnase, bist du zufrieden mit der heutigen Aufnahme oder wird's so, ähm, sie löschen? Ich werde sie auf jeden Fall löschen. Nein. Schön, dass die Entwickler auf jeden Fall patchen. Das freut mich. Da hielt ein wenig mit dem Spiel und die Missionsvierungen zurück. Dann hast du mehrãn und sie sagen, dass ... So. Dann haben wir doch ganz ... ... alles. Das ist eine Petschka. Aber ob es läuft... Wo? Da muss es letzte Crew, okay. Oh! Da müssen sie schon mal die Crews verlassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Hallo. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.